Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder sonntags mit dabei seid bei unserer Hörbuchrunde und auch heute werden wir wieder für euch ein kostenfreies Kapitel zur Verfügung stellen. Die weiterführenden Links zu dem Buch findet ihr unten in der Beschreibung und jetzt viel Spaß beim Hören. Gibt es eine übergeordnete Macht des Bösen? Nichts wird von Dämonen bewirkt, es gibt keine Dämonen. Jeder kann zaubern, jeder kann seine Ziele erreichen, wenn er denken kann, wenn er warten kann, wenn er fasten kann. Hermann Hesse, Siddhartha Seit nunmehr 30 Jahren befasse ich mich mit den Hintergründen der Geschehnisse auf dieser Welt. Dabei ist es unschwer zu erkennen, dass ganz offensichtlich andere Mächte die Geschicke auf unserer Erde lenken und leiten. Einer, der das bereits im Jahre 1844 erkannte, war der britische Staatsmann Benjamin Disraeli, der folgendes sagte, die Welt wird von ganz anderen Personen regiert als diejenigen, es sich vorstellen, die nicht hinter den Kulissen stehen. Ähnlich äußerte sich später der ehemalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt. In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auch auf diese Weise geplant war. Ein Großteil derjenigen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, landen unweigerlich bei den Freimaurern, Illuminaten oder anderen geheimen Organisationen. Trotz alledem habe ich nie verstanden und es erschien mir auch absolut unlogisch, warum seit Menschengedenken die Mächtigen unsere Erde in den Abgrund führen. Gier als Motiv erschien mir einfach zu profan. Seit längerem hatte ich das Gefühl, dass es noch etwas Übergeordnetes geben muss. Aber ich konnte es nicht erkennen. Dies änderte sich abrupt, als mich im Frühjahr 2019 ein älterer Herr mit Hut und Bart in einer Hotellobby erkannte und ansprach. Sofort kam er mir vertraut vor, so als ob wir uns schon eine Ewigkeit kennen. Nach einem kurzen Wortwechsel schaute er mich an und sagte, du willst sicherlich wissen, warum anscheinend das Böse die Welt regiert. Daraufhin erwiderte ich, wie meinen sie das? Daraufhin sagte er, du hast schon sehr viele Menschen aufgeweckt. Aber eine entscheidende Tür ist bisher für dich verschlossen geblieben. Ich war natürlich neugierig und wollte wissen, was er genau damit meinte. Danach sagte er, Junge, befasse dich mit den Nag Hammadi Texten und ganz wichtig mit den Archonten. Bis dahin waren mir sowohl die Texte als auch der Name Archonten völlig unbekannt. Meine Neugierde war jedenfalls bis aufs Äußerste geweckt. Er sagte, dass er nur kurz auf sein Zimmer gehen wolle, um mir danach alle Fragen zu beantworten. Gespannt wartete ich in der Hotellobby. Leider musste ich nach circa zwei Stunden das Warten aufgeben, da er nicht wieder erschien. Was dann passierte, hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten. Da ich ja leider keinen Namen von ihm hatte, fragte ich an der Rezeption nach. Erschrocken war ich, als man mir mitteilte, dass hier kein älterer Mann mit Hut und grauen Bart in der Hotellobby gesehen wurde und auch nicht als Gast eingeschickt hatte. Mit meinem logischen Menschenverstand konnte ich mir dieses Ereignis nicht erklären. Danach musste ich den ganzen Abend an diese mysteriöse Begebenheit denken. Gleichzeitig habe ich aber angefangen, im Internet nach den Nakhamadi-Texten und den Archonten zu recherchieren. Was ich dort fand, hat mich tief in Mark und Bein erschüttert und bis jetzt nicht losgelassen, da es mein komplettes Weltbild in Frage stellte. Erstaunt war ich, dass einer meiner engsten Freunde der einzige war, der darüber etwas wusste. Er hielt mich aber davon ab, darüber zu schreiben, da die meisten Menschen, wie er meinte, dafür noch nicht reif sind. Auch auf die Gefahr hin, dass mich einige für verrückt halten, bin ich aber der Meinung, dass meine Leser das Recht haben, das zu erfahren, um ihre eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Das Geheimnis der Nakhamadi-Texte. Wie beschrieben, habe ich als erstes begonnen, mich im Hotelzimmer mit den Nakhamadi-Texten zu beschäftigen. Die Geschichte begann im Dezember 1945, als Bauern in einer Höhle nahe des ägyptischen Ortes Nakhamadi eine Sammlung historischer Schriftstücke fanden. Dieser Fund bestand aus 53 einzelnen Texten, wozu unter anderem das bekannte Thomas-Evangelium gehörte. Diese werden als originale Schriften der Gnostik angesehen und Experten gehen davon aus, dass sie fast 2000 Jahre alt sind. Das Spannende daran ist, dass sie aus der Zeit stammen, als der leibhaftige Jesus gelebt hat. Dies ist natürlich Sprengstoff für die offizielle Geschichtsschreibung des Christentums. Es gibt mehr und mehr Menschen, die deswegen dem Thomas-Evangelium einen sehr hohen Stellenwert beimessen, da angenommen wird, dass hier die ursprünglichen Worte Jesus niedergeschrieben waren. Einer der vielen Sprüche war unter anderem, Jesus sprach, ich bin das Licht, das über allen ist. Ich bin das All, das All ist aus mir hervorgegangen und das All ist zu mir gelangt. Hebt einen Stein auf und ihr werdet mich finden. Spaltet ein Holz und ich bin da. Thomas-Evangelium Spruch 77 Zusammenfassend kann man feststellen, dass für die Erforschung des frühen Christentums und des Gnostizismus die Nakamadi-Texte sowie die Kumran-Rollen zu den wichtigsten Fundstücken gehören. Diese historische Abhandlung über die Nakamadi-Texte hat mich aber, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich vom Hocker gehauen, da ich mir von dem Gespräch in der Hotellobby mehr versprochen hatte. Als ich dann den zweiten Begriff, den der ältere Herr mir sagte, Archonten eingab, war ich völlig fassungslos, was ich dann fand. Bei der Betrachtung der Nakamadi-Texte fiel mir auf, dass allein 20% über die Spezies der Archonten berichtet wurde. Da ich wie gesagt bislang noch nichts von ihnen gehört hatte, war mein Wissensdurst besonders hoch. Sie wurden dort als nicht-menschliche Rasse bezeichnet. Außerdem nannte man sie dort sogar Herrscher der Menschheit, die gleichzeitig als Betrüger und Täuscher agieren. Das war schon ein harter Tobak für mich, obwohl ich aufgrund meiner jahrelangen Forschungsarbeiten eine Menge gewohnt war. Langsam fühlte ich, dass der alte Mann Recht hatte, als er sagte, Du hast schon sehr viele Menschen aufgeweckt, aber eine entscheidende Tür ist bislang für Dich verschlossen geblieben. Für einen Moment fühlte ich mich wie ein kleiner Schuljunge, der erst am Anfang seines Wissens stand und bislang nur an der Oberfläche der Erkenntnis gekratzt hatte. Ich musste weiterlesen, dass in den gnostischen Texten eindringlich vor den Archonten und ihren Versuchen, die menschliche Evolution von ihrem Kurs abzubringen, gewarnt wurde. Gebannt las ich in den Schriften, dass sie als eine nicht-physische Spezies beschrieben wurden, die aber kurzzeitig eine physische Form annehmen können. Bis heute ist nur den wenigsten bekannt, dass auch Jesus versucht haben soll, durch seinen Leidensweg der Macht der Archonten zu entkommen. Er wusste auch, dass die Menschheit seit Anbeginn in einer Matrix der Unterdrückung und Sklaverei gefangen gehalten wird. Das jedenfalls soll aus der ersten Apokalypse des Jakobus hervorgehen. Darin belehrt Jesus seinen Bruder Jakobus über all diese unbequemen Tatsachen und enthüllt außerdem, dass unsere Welt ständig von Dämonen bewacht wird, den Archonten, die den Weg der Seelen zwischen der materiellen Welt und dem Jenseits blockieren, was dazu führt, dass die Seele des Menschen in einem ewigen Kreislauf des Leidens gefangen gehalten wird. Jetzt wurde mir auch klar, warum dieses Wissen von den großen Religionen verschwiegen und bis heute noch unterdrückt wird. Sollten diese Informationen über die Archonten, dass nämlich sie die wahren Herrscher der Menschheit sind, an das Tageslicht kommen, würden die Weltreligionen ihre Macht verlieren. Interessant ist auch, dass die Archonten und deren energetische Ausstrahlung beziehungsweise Macht in den verschiedenen Kulturen der Erde unterschiedliche Bezeichnungen haben. Egal ob Satan, Teufel, Djinn, Dämon oder Gray, es sind damit immer die gleichen Wesen gemeint. In einem der Nakhamadi-Texte geht es auch um Entführungen von Menschen durch kleine Wesen. Bemerkenswert dabei ist die Ähnlichkeiten zu den Grauen, Grays, wie sie in vielen Hollywood-Filmen dargestellt bzw. wie sie von Menschen beschrieben werden, die eine Entführung durch Außerirdische erlebt haben. Den Archonten sagt man außerdem noch nach, dass sie sich unseres Geistes bemächtigen können. Sie versuchen den Menschen von der natürlichen Welt und der Natur zu entfremden, um sie dazu zu bringen, in einer virtuellen Realität zu leben. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ich frage mich, warum diese Wesen dies alles tun. Laut den alten Texten soll die Hauptmotivation der Archonten für ihr Handeln im Neid liegen. Darauf wäre ich nie gekommen. Sie missgönnen den Menschen unsere wundervolle Welt voller Kreativität, die völlig konträr zu der ihrigen, der kalten und künstlichen Welt ist. Ihr Hauptziel ist es, bei den Menschen Angst auszulösen oder diese in einen Zustand der Verwirrung zu bringen. Sie sind mit Parasiten vergleichbar, die sich energetisch von menschlichen Emotionen ernähren, da sie selbst keine haben, und somit über keine emotionale Energie verfügen. Neben der Angst bedienen sie sich außerdem des Hasses und niederer Frequenzen. Sofort musste ich an die bekannte Geschichte Momo des Autors Michael Ende denken, wo es um die grauen Herren geht, die keinerlei Emotionen haben und seelenlos durch die Stadt ziehen. Auch der Hollywood-Streifen Dark City aus dem Jahre 1998 behandelt dieses Thema. Dort ist die Stadt ein großes Labor, in dem die Fremden, die sich dort Grace nennen, alle Menschen beobachten. Die Fremden suchen etwas, was die Menschen haben und das sie benötigen, um zu überleben, da ihre Rasse zugrunde geht. Dabei handelt es sich offenbar um die menschliche Seele, die Individualität. Nicht zu vergessen, der Film Matrix, der als absoluter Meilenstein des Action- und Science-Fiction-Genres gilt und 2019 seinen 20. Geburtstag feierte. Kano Reeves, einer der Hauptdarsteller des Films, sagte, der Film Matrix war kein Film, sondern eine Dokumentation. Die menschliche Rasse wurde seit Jahrtausenden versklavt, sagte er während der Dreharbeiten in der Mojave-Wüste. Ferner sprach er davon, dass wir von Schatteneliten und Geheimgesellschaften unterdrückt werden, die alles getan haben, um uns in einem mentalen Gefängnis zu halten, sodass wir unsere Potenziale nicht erreichen können. Auf die Frage, was die Matrix sei, antwortete er, sie ist ein holographisches Universum, das uns von denen projiziert wird, die uns kontrollieren wollen. Die Menschheit wurde auf diese Weise seit Jahrtausenden unterdrückt und kontrolliert. Wir denken, dass es real ist. Aber in Wirklichkeit ist es nur ein Film, der dem kollektiven Bewusstsein vorgespielt wird und sich als Realität präsentiert. Mit der Theorie, dass die gesamte Menschheit in einer Art riesiger Computersimulation lebt, steht aber Kano Reeves nicht alleine da. Es gibt auch andere prominente Anhänger dieser These, unter ihnen Elon Musk, der durch seine Beteiligung an der Gründung des Online-Bezahlsystems PayPal sowie mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX und dem Elektroautohersteller Tesla bekannt geworden ist. In einem Interview gab er zu Protokoll, es gibt nur eine Eins zu einer Milliarde Chancen, dass wir in der echten Welt leben. Hollywood ist Meister darin, uns auf Dinge vorzubereiten, die sie als Science Fiction verkaufen. Aber oftmals steckt dort mehr Wahrheit darin, als wir glauben. Auch wenn Kano Reeves und Elon Musk nicht direkt die Archonten erwähnten, haben die meisten schon Schwierigkeiten, sich das vorzustellen, was sie sagten. Nachdem ich aus meinem kurzen Hotelaufenthalt nach Hause kam, schaute ich mir sofort den Film Dark City an. Diesen hatte ich vor fast 20 Jahren zum letzten Mal gesehen. Jetzt verstand ich, dass so ähnlich wie in diesem Film die Archonten unseren Geist infiltrieren und sich so den Zugang zu unserem Bewusstsein verschaffen. Wie in den Hamadi-Schriften schon beschrieben, sind die Archonten vereinfacht ausgedrückt nichts anderes als ein Virus, der unsere Seele und unseren Verstand befällt und in ihrem Sinne programmiert. Die dunklen Wesen hassen alles Lebendige und auch die Liebe. Deshalb treiben sie mit ihren menschlichen Marionetten und zum Teil mit den besetzten menschlichen Hüllen in Führungspositionen diese Agenda des Cyber-Hybrid-Menschen voran. Ihr Endziel sind Menschen ohne Individualität, ohne Persönlichkeit, alle gleichgeschaltet zu einem globalen, holistischen Metasystem von willenlosen Drohnen. Mittlerweile haben sie in allen Bereichen des menschlichen Lebens alles verzerrt, haben Gerechtigkeit, Wahrheit und Gesundheit auf den Kopf gestellt. Sie sind die wahren Erfinder von Gennahrung, Genderwahn, künstlicher Intelligenz, Kindersex und Flüchtlingskatastrophen und haben so gut wie alle Kriege auf der Erde angestiftet. Schaut euch die Politiker genau an, die euch regieren. Die meisten sind nichts weiter als seelenlose Hüllen. Schutz vor Archonten Im Endeffekt ist es, wie ich es bereits in meinen anderen Büchern beschrieben habe und Buddha es auch sagte, dass, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wächst. So verhält es sich auch mit diesen Parasiten. Wenn wir sie bekämpfen, geben wir ihnen nämlich Beachtung, Energie, die sie benötigen. Wenn wir bewusst leben und wahrhaftig Freude sowie Liebe in uns tragen, empathisch sind und das auch ausstrahlen, dann sind wir für niedrig schwingende Wesen einfach nicht existent. Mit anderen Worten, wir sind nicht in Resonanz mit ihnen. Somit können sie von uns schlichtweg nicht Besitz ergreifen. Archonten heften sich ausschließlich an niedrig schwingende Menschen, die wenig bewusst, materiell eingestellt und extrem machtorientiert sind. Achte auf deine Gedanken und hinterfrage, woher sie kommen und prüfe, ob du schon von diesem parasitären Feind in Besitz genommen wurdest. Auch Angst ist in den meisten Fällen nur eine Illusion, die dazu dient, die Archonten energetisch zu ernähren. Es gilt nicht mehr zu reagieren, sondern zu agieren. Im Hier, im Jetzt, in diesem Moment. Denn nur der ist wahrhaftig. Kano Reeves sieht optimistisch in die Zukunft. Er glaubt, dass die Matrix der realen Welt anfängt aufzubrechen. Die Menschheit zeigt Anzeichen, dass sie sich aus der Matrix befreien. Was für eine Zeit, um zu leben. Wir leben wahrhaftig. Wir leben wahrscheinlich in aufregenden Zeiten. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dieses Kapitel am Ende von Neo, dein Schlüssel zur Freiheit, zu platzieren. Wie wir am Anfang festgestellt haben, ist eine Hauptursache für das menschliche Leid das Suchen von Schuldigen im Außen. Wir haben weiterhin festgestellt, dass dieses Denken uns niemals zu der erwünschten Gotteserfahrung bzw. Einheit führen wird. Höre in dich hinein, was du nach diesem Kapitel empfindest. Kommt der Ego-Verstand wieder durch, der jetzt endlich eine Antwort gefunden hat? Nämlich, dass die Archonten an allem schuld sind? Oder erkennst du deinen Schlüssel zur Freiheit? Die Welt, Freund Govinda, ist nicht unvollkommen oder auf einem langsamen Weg zur Vollkommenheit begriffen. Nein, sie ist in jedem Augenblick vollkommen. Hermann Hesse, Siddhartha. Im Geiste von Siddhartha, der mich wie kein anderer Roman inspiriert hat, wünsche ich dir auf deinem Weg Glück, Freude und tiefe Zufriedenheit. Lass ab jetzt die Liebe, von der du beseelt bist, aus deinem Herzen in die Welt strahlen. In Liebe und Dankbarkeit. Heiko Schrang. Ich hoffe, dass ihr neue Sachen auch dazu lernen konntet bei diesem Hörbuchkapitel. Teilt es dringend mit Freunden und Bekannten, dass unsere Gemeinschaft immer größer wird. Und schaut euch nochmal die Beschreibung an, weil weiterführende Links findet ihr genau dort. Bis zum nächsten Hörbuchkapitel. Euer Heiko. Macht Campus. Ich habe jetzt nichts, aber auch gerade einen Taste. Ich habe jetzt ein créd Señenschweni Lang Baltimore und dann auch noch eine Einbette. Hier,ibut, Blüde. Schl아� vegetable Liebe unter die浪 website ob iche Reihe zufriedenung. Das war ja auch.